Frank Witzel. Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Sommer 1969. Drei Teenager auf der Flucht. Alle sind Mitglieder der neu gegründeten Rote Armee-Fraktion. Ihr Logo abgekupfert vom örtlichen Turnverein. Die echte RAF gibt es noch gar nicht in diesem Roman mit dem wahnwitzigen Titel Die Erfindung der Roten Armee-Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Was für ein rasanter Einstieg, den sich Frank Witzel für seinen Roman ausgedacht hat. Er beschreibt darin eine Jugend im Westdeutschland der 60er Jahre, genauer im hessischen Biebrich. Über allem liegt Muff und Piefigkeit, aber auch Aufbruch. Mich hat es einfach fasziniert, einen Punkt zu finden, an dem eine gewisse Naivität, Unschuld in der Entwicklung eines Jugendlichen zu einem Ende kommt. Noch ist die Welt des 13-jährigen Timo durchdrungen vom reaktionären Denken der Nachkriegszeit und den Moralvorstellungen der katholischen Kirche. Und doch ist überall der Beginn einer Revolte zu spüren, die das Land verändern wird. Kein Wunder, dass ein junger Mensch sich überfordert fühlt, der bis jetzt in einem überschaubaren Radius gelebt hat. Was tot ist, wusste ich. Das Laufrad hört in der Nacht zu quietschen auf und am Morgen liegt der Hamster mit abgespreizten rosa Pfötchen im Streu. Es ist vor allem die Musik, die dem jungen Helden hilft auszubrechen, die ihm auch neue, imaginäre Räume öffnet. Dabei ist die alte Welt keineswegs nur schrecklich. Es gab auch etwas sehr Anheimendes. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also die Welt war viel geordneter, sie war viel kleiner, sie war viel geborgener. Frank Witzels Roman springt durch die Zeiten und durch die Perspektiven. Ein Buch, prall und dicht. Die Geschichte einer ganzen Generation.